Wir werden uns nun mit der Startseite beschäftigen und euch zeigen, wie ihr diese befüllen könnt. Die Startseite ist der erste Berührungspunkt, den Teilnehmende mit einem MOOC haben. Auf der Startseite finden Teilnehmende die wichtigsten Informationen zum Kurs, wie zum Beispiel die Sprache, das Startdatum oder auch die Kursbeschreibung. Je früher ihr die Startseite freigebt, desto länger habt ihr Zeit, den Kurs bis zum Start des MOOCs zu bewerben. Um die Startseite zu bearbeiten, klickt ihr auf eure Kurskachel, weiter auf Zum Kurs und dann oben im Menü auf Einstellungen. Hier findet ihr eine ganze Menge an Einstellungen. Die oberen Felder wie Start- und Enddatum bitte auf keinen Fall selbst ändern. Dafür sind wir vom iMUX-Team zuständig. Auch das Einfügen des Kursbilds liegt beim iMUX-Team. Schickt uns dafür ein offen lizenziertes Bild mit dem Seitenverhältnis 4 zu 3. Für euch beginnt es dann bei Tags, Sprachen und Kursstartseite. Damit euer Kurs gut auf iMUX gefunden werden kann, solltet ihr ihn mit Tags versehen. Dafür wählt ihr hier die Themenbereiche sowie die Zielgruppe eures MOOCs aus. Unter Sprachen, wer hätte es gedacht, gebt ihr die Sprache bzw. die Sprachen eures MOOCs an. Die Liste wird laufend um neue Sprachen erweitert. Falls eure Sprache noch nicht dabei sein sollte, kontaktiert uns gerne. Jetzt widmen wir uns den Inhalten der Kursstartseite. Wir starten mit der Kursleitung. Zuerst kommen die Namen, dann ein Bild und dann noch weitere Informationen wie eine Kurzbiografie. Die Texte gebt ihr hier in einem Editor ein. Dabei könnt ihr neben Texten auch Bilder und Verlinkungen einfügen. Damit der Kursinhalt für möglichst viele Menschen verständlich ist, müsst ihr die Startseite auf iMUX immer mindestens auf Deutsch und Englisch anbieten. Dafür verwendet ihr einen Sprachfilter. So werden die Inhalte automatisch in der Sprache angezeigt, welche die Teilnehmenden auf iMUX gerade verwenden. Der Sprachfilter sieht so aus. Geschwungene Klammer auf, M-Lang, ein Kürzel, geschwungene Klammer zu, euer Text und dann nochmal geschwungene Klammer auf, M-Lang, geschwungene Klammer zu. Anstelle von dem Kürzel verwendet ihr das Sprachkürzel, welches ihr auf iMUX ganz rechts oben in der Klammer seht. Für Deutsch beispielsweise de. Zwischen den beiden Klammern kommt der Text, den ihr in der jeweiligen Sprache angezeigt haben möchtet. Falls Teilnehmende in einer Sprache navigieren, die ihr nicht mit dem Sprachfilter definiert habt, werden keine Inhalte angezeigt. Ihr verhindert dies aber, indem ihr M-Lang other verwendet. Dieser Text wird dann als Fallback für nicht definierte Sprachen angezeigt. Deswegen verwenden wir diesen Fallback meistens mit den englischen Texten. Nach der Kursleitung folgen nun einige Felder, die den Inhalt eures MOOCs beschreiben sollen. Dazu zählen Allgemeines zum Kurs, Kursinhalt, Lernziele, Vorkenntnisse und Kursablauf. Das Feld Zertifikat ist bereits mit Informationen gefüllt. Hierbei handelt es sich um die Standardangaben für MOOCs auf iMUX. Ein Zertifikat erhalten Teilnehmende, die bei allen Quizzes des Kurses mindestens 75% der Punkte erreicht haben. Wie ihr wisst, haben MOOCs auf iMUX immer eine offene Lizenz, damit die Inhalte frei weiterverwendet werden können. Hier wählt ihr die Lizenz eures MOOCs aus. Im Feld Informationstext zur Lizenz könnt ihr eintragen, wie die Namensnennung bei der Wiederverwendung eurer Inhalte aussehen soll. Solltet ihr hier keine Angaben machen, wird standardmäßig iMUX.at bei der Namensnennung genannt. Es ist also in eurem Interesse, diese Angaben anzupassen. MOOCs erstellt man natürlich nicht alleine. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure PartnerInnen oder FördergeberInnen zu nennen bzw. ihre Logos einzufügen. MOOCs werden gerne mit Lehrveranstaltungen oder anderen Angeboten verbunden. Solltet ihr dafür zusätzliche Informationen haben, die in keines der anderen Felder passen, könnt ihr diese hier im Feld zusätzlicher Text eintragen. Zum Schluss gebt ihr noch an, wie viel Zeit eure Teilnehmenden in etwa pro Lektion verbringen werden, aus wie vielen Lektionen euer MOOC besteht und wie viele Tage zwischen dem Freischalten der einzelnen Lektionen liegen. Damit diese Einstellungen auch auf die Lektionen umgesetzt werden, setzt gleich hier das Hackerl Lektionen anlegen. Jetzt nur noch speichern und eure Startseite ist fertig. Sobald ihr mit eurer Startseite zufrieden seid, gebt ihr uns spätestens zwei Monate vor MOOC-Start per Mail Bescheid und wir schalten die Seite frei. Nun ist die Kursbeschreibung eures MOOCs sichtbar und Interessierte können sich zu eurem Kurs anmelden. Jetzt heißt es fleißig Werbung machen.